let's go zur education session am heutigen freitagabend schön dass wieder 20 leute mit am start sind ich liebe dieses video ungemein motiviert mich jeden tag aufs neu immer dran zu bleiben immer weiter zu machen und auf gar keinen fall aufzugeben yes jeden fall erst mal eine 579 für colors wenn ihr gut drauf seid wenn ihr profits machen konntet wenn ihr die pick and roll strategie feiert denn das soll heute wieder unser thema sein die pick and roll strategie und da wenn ihr da irgendwelche paare habt die wir auch mal zusammen anschauen sollen sagte auch mal gern einfach bescheid dann schreibt schreibt die mal in den chat mit rein dann gucken wir uns die auch zusammen an gucken ob sich da was anbahnt oder wie was da passiert ist ich will nämlich jetzt im ersten step mal auf ein währungspaar eingehen was ich heute getradet habe und was bei mir mit einer lesson geändert hat geendet hat sprich im stop loss und entsprechend auch einfach mal darauf eingehen was der fehler war warum das passieren konnte und wie man das in zukunft eben vermeiden kann und zwar ging es hier drum um den euro aod im 15 minuten chart klar währungsstärke und so ist jetzt ist jetzt natürlich komplett anders aber wollen wir uns den mal zusammen anschauen wir hatten wir hatten das setup noch mal ein bisschen zu so aufzuzeichnen hier hatten wir auf jeden fall eine grüne box gehabt eine grüne box gehabt im 15 minuten chart und wir hatten einen grünen swing arrow also grüner swing arrow hier oder hier und eine grüne box entsprechend dort sprich ein schönes setup also das können wir uns einfach mal weg denken sprich ein schönes setup für für nach oben entsprechend mitzunehmen haben hier natürlich die die sie ist noch gehabt aber an sich ein schönes setup was man entsprechend mitnehmen kann im 15 so sprich wir haben hier unser zeichenwerkzeug hier auf wir haben hier ganz normal unser retracement dann noch mal ein pullback und hier eben unsere limit order jetzt war es in dem fall so gewesen dass ich mal ein meine limit order ein bisschen hier drüber platziert habe ungefähr hier ich mach das mal blau so sprich hier die limit order platziert und man sieht so die wurde einmal kurz angeditscht quasi einmal rein gewickt kurz ausgelöst und dann ging es auch sofort in den drawdown und eigentlich in einem zug richtung stop loss warum ist das so und wie kann man das ganze hier vermeiden weil prinzipiell habe ich mich an alle an alle regeln gehalten quasi was die pick and roll strategie sagt wir haben wir haben retracement aus der box heraus haben unseren swing arrow haben sogar eine box hatten hier auch verschiedene level quasi hier pullback gehabt spricht alles hier für ein buy stop so so genau also wir schauen uns das ganze nochmal an im endeffekt einfach nicht aufmerksam gewesen und nur auf den 15 minuten chart fokussiert und im endeffekt einfach blind blind das ganze gesetzt so keine keine gedanken über das paar gemacht und auch nicht mal geschaut wie sieht das ganze denn generell aus wenn wir uns das im gesamten einmal anschauen so wir haben hier oben von oben auch den swing arrow vor allem wenn wir mal im time frame höher gehen schauen wir uns das ganze mal im stunden chart an haben wir im stunden chart trinity von oben sprich swing arrow ec box alles alles quasi alles quasi hier für unsere trinity von oben sprich hier oben drüber hält der markt und wird da eben kontrolliert von den verkäufern was natürlich nicht heißen kann dass wir diese bewegung hier nach oben nicht hätten noch mitnehmen können sag ich mal bis hier hin oder vielleicht noch ein bisschen weiter bis hier hin aber macht überhaupt keinen sinn weil warum sollten wir es riskieren gegen den höheren time frame zu traden warum sollten wir es riskieren ergibt absolut keinen sinn und im endeffekt selbst wenn wir im 15 min chart traden so dann wollen wir für sell setups schauen sprich in dem fall haben wir hier haben wir hier eher einen sell stop mit dem swing arrow mit dem pull back und hier unseren sell stop der jetzt ausgelöst wurde wobei wir hier dann auch schon wieder unsere unsere nächste struktur quasi haben und da jetzt nicht so viel luft haben aber macht viel viel mehr sinn das ganze auf den zellen mitzunehmen auf den weg nach unten mitzunehmen einfach weil man sich das große ganze einmal anschaut und im höheren time frame und im höheren time frame eben entsprechend sich den überblick verschafft so heißt versucht auch wirklich nicht einfach blind blind in den markt einzugehen sondern auch da auch da einfach mit mit bedacht und verstand so waren fehler heute kann natürlich passieren sollte nicht zu häufig passieren ist auch nicht dramatisch aber natürlich ärgerlich weil das ist einfach mal ein prozent einfach so verschenkt muss nicht sein und das sind einfach eben Sachen wie man das entsprechend vermeiden kann was hätte man eher machen können so wenn wenn wir das ganze so sehen so macht es eher Sinn weil wir eben die trinity von oben haben dann zu schauen also prinzipiell ein swing arrow kommt ja immer dann wenn wir wenn der markt sich ausruht das heißt wir haben ein level gefunden wo eine starke rejection nach oben kommt so das hat lassen wir nochmal da das hat spills heute auch in der session in der go live session nochmal gesagt deswegen kommt wenn ein starkes ein starkes retracement quasi kommt ein starker impuls an einem bestimmten preis level das heißt wir haben hier 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 unten ein preis level wo käufer sitzen so und den markt instant also direkt in einem zug in eine richtung katapultiert haben deswegen bekommen wir hier diesen swing arrow was aber nicht heißt dass dass der markt dann nach oben geht weil im höheren time frame haben wir auch die trinity von oben auch auch hier im 15 minuten chart wenn wir mal schauen haben wir hier auch trinity von oben und hier quasi den swing heißt wenn wir wo wo liegt die equity wo liegt das wo liegt das verkäufer wo wo sitzen die ganzen verkäufer hier unter unter diesem bereich unter diesem bereich das heißt so wenn man den markt in die richtung mitgenommen hätte dann dann eher nach unten in den bereich weil da unser hoher time frame auch für uns spricht so gucken wir uns das ganze mal im vier stunden chart noch an wie es da aussieht auch hier im vier stunden chart sehen wir auch so der swing arrow versteckt sich hier so ein bisschen steckt sich hier hinter der gelben kerze aber auch hier sehen wir zack hier die bewegung hier den sell stop und ab mit nach unten genommen so macht definitiv sinn einfach es geht darum dass wir wirklich die time frames auch miteinander miteinander in die analyse mit einbeziehen und nicht einfach nur blind in einem time frame das ganze mitnehmen kann natürlich trotzdem funktionieren kann definitiv funktionieren aber wir wollen ja dass wir im endeffekt wirklich die quote einfach höher haben und wirklich versuchen dass wir erfolgreich sind mit dem was wir machen und möglichst keine losses haben deswegen der swing im höheren time frame ist immer stärker also das könnt ihr euch notieren der swing im höheren time frame ist immer stärker als im niedrigeren time frame deswegen habe ich auch am mittwoch gesagt empfehle ich ab 15 minuten zu schauen natürlich jetzt trotzdem so auch learning für mich heute nochmal nochmal konkreter auch im stunden und vier stunden chart zu schauen so wie sieht denn das ganze aus sind wir gerade auf dem weg nach oben sind wir auf dem weg nach unten und dann entsprechend in die richtung auch nur die setups entsprechend mitzunehmen so funktioniert auch im 1 minuten time frame definitiv funktioniert auch im 5 minuten time frame aber dann schaut so dass eure höheren time frames dass ihr mit in die richtung der höheren time frames tradet genau nur einfach um eben ein paar losses zu vermeiden so darum geht es im endeffekt so hätte ich das gewusst hätte ich hier meinen sell stop gesetzt und hätte den dann entsprechend in die andere Richtung mitgenommen man muss dazu sagen natürlich war es jetzt auch ärgerlich dass der einfach nur hier angewickt hat so hätte ich den ein bisschen höher platziert wäre er gar nicht ausgelöst worden das ist natürlich das andere aber das ist zum Beispiel das wo die Broker eben genau das genau das wollen und genau das Geld quasi mit einsammeln wollen weil hier eben die Leute ihre Order platziert haben und auch die ganzen anderen Stop Losses teilweise dann sitzen von den Verkäufern wo dann einmal ganz kurz hoch gewickt wird und uns dann sofort wieder nach unten geht und deswegen da sollte man definitiv dann entsprechend vorbereitet sein und einfach clever agieren yes ansonsten pick and roll pick and roll schauen wir uns das ganze einfach nochmal an wie wir das ganze haben wollen was wir sehen wollen um um die Strategie für uns eben zu nutzen so schauen wir uns das ganze mal im Stundenchat an wir wollen was brauchen wir für pick and roll was wollen wir sehen schreibt es mal gerne in den Chat rein schreibt es mal gerne in den Chat rein die Trendrichtung vorgibt Directional Bias das ist die Trinity nochmal es sind immer auch wieder ein paar neue dabei deswegen gehen wir das auch immer wieder durch so dass es wirklich in Fleisch und Blut ist Trinity Swing Error haben wir einmal hier Box haben wir hier und die C haben wir hier und auch hier haben wir sogar zweimal vertreten so schauen wir uns das mal genauer an also es ist ziemlich nah an der Box dran würde ich das mal durchgehen lassen ansonsten haben wir hier sehen wir hier genau das was wir sehen wollen so kommt kommt an das Preis Level eben hier entsprechend dran hier wo die C's eben halten kommt dran und Rejected Rejected und da ist auch der Punkt wo der Swing Error gebildet wird also dieser Impuls an diesem Preis Level das zeigt eben dass wir hier entsprechend viele Käufer haben so die diesen Preis an diesem Level halten so das sehen wir das sehen wir nochmal so der Preis kommt ran kommt hier langsam raus kommt nochmal dahin zack instant wieder raus deswegen bekommen wir den Swing Error und was wir dann machen wir warten auf den Pullback und können unsere Order hier platzieren hier ist unser Buy Stop über über der Trigger Zone quasi durch durch den Swing Error durch den Pullback da bekommen wir unsere Trigger Zone also dieser Hochpunkt so ist unser Buy Stop und hier hier ist dann unser Entry und instant kein Drawdown genau das wollen wir sehen also das ist ein perfektes perfektes Beispiel für ja für die Pick & Roll Strategie wenn wir hier unseren Entry haben Stop Loss unter der Struktur sprich im Idealfall hier drunter unter der EC Take Profit an der nächsten an der nächsten Zone oder ich würde den ein bisschen drunter setzen da haben wir unseren ersten TP zack und da ist er auch schon fast dran perfektes Setup genau so wollen wir Pick & Roll nehmen Setze ich auf die Orders die Splits erklärt hat mit dem 50% Level die Limit Orders habe ich jetzt noch nicht gesetzt das kam ja auch erst heute ich werde mir die Session auch noch ein zweites Mal anschauen um das wirklich komplett nochmal verstanden zu haben und dann werden wir darauf auch nochmal entsprechend eingehen so Same hier das gleiche haben wir hier Trinity Swing Arrow unser Retracement so USD JPY Swing Arrow EC hier haben wir unser Retracement aus der Box wo wir den Swing Arrow bekommen mit dem Pullback hier ist unser Sell Stop und da wenn wir das genau so machen sind wir wirklich sehr sehr selten im Drawdown der konsolidiert noch ein bisschen in der Zone manchmal um Liquidität zu sammeln und marschiert dann dann erst nach unten genau Chiara, Benny Marvin wer auch immer da hinter dem Bildschirm ist da wurden wir abgeholt sehr sehr schön sehr sehr schönes Setup genau genau da wurde ich auch abgeholt genau perfekt yes also so einfach es ist im Prinzip mit dem Pick and Roll das ist wirklich eine sehr sehr geile geile Strategie GBP JPY schauen wir uns gerne mal an so wurde die ausgestoppt wo genau wurde die ausgestoppt also könnt gerne mal Bescheid sagen ähm also wenn wir jetzt wenn wir jetzt hier mal schaut uns den GBP JPY einfach mal anschauen haben wir jetzt Trinity von unten so und wenn wir jetzt schauen wäre 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 unser Buy Stop quasi hier drüber in dem Fall haben wir hier oben noch eine EC direkten Level wo wir potenziell einen Wendepunkt haben sprich sprich ähm ich würde warten bis die EC rausgenommen ist und dann erst in den Markt reingehen das heißt ich würde ein bisschen höher meinen Buy Stop in dem Fall setzen so einfach um das Risiko zu minimieren dass der Preis hier kurz rankommt und wieder seinen Weg weiter nach unten äh fortsetzt weil wir hier eben einen Order Block haben eine EC die den Preis entsprechend da hält wo eben entsprechend auch die Verkäufer da sitzen und wenn wir uns das im größeren Time Frame anschauen ähm so sind wir hier auch ähm schön im Downtrend so es wird irgendwann definitiv auch wieder ähm ein größeres Retracement geben wo wir diese ganzen Gaps also zum Beispiel die Gap von so hier diese Gap ähm definitiv ähm nochmal füllen müssen das heißt so der Preis der Preis muss definitiv nochmal hier quasi zurückkommen so bevor so ein Weg dann weiter fortsetzt die Frage ist halt wann so und das wissen wir nicht ähm ob er noch noch weiter runter geht oder ob er das das ganze ähm jetzt mit diesem Move dann macht und deswegen ähm genau die Box war noch nicht da und TP war bei der EC wurde gerade so nicht abgeholt also ich verstehe es jetzt nicht ganz Chiara habt ihr auf ein Buy oder auf ein Sell das ganze mitgenommen und wenn ja wo weil auf ein Buy wurde man noch nicht abgeholt weil das Buy Limit frühestens hier wäre oder dann entsprechend über der EC und auf ein Sell da haben wir ja gar kein Spring Arrow yes warte zwei Sekunden dann machen wir das ganze mal interaktiv so eine kleine Runde passt das na ähm also hörst du mich? ja wir sind auf ein Buy reingegangen an welcher Stelle? ähm also der Swing Arrow kam ja und dann ist er ja schon so hoch geschossen und dann ist er ja nochmal runter hier das? genau und dann sind wir reingegangen und wollten halt bis zur EC hoch trainen also da war auch noch keine Box ähm und dann hat er uns halt wirklich gerade so nicht abgeholt also er hätte uns ja fast abgeholt beim Take Profit und da war auch noch eine EC eine grüne ah das meinst du also hier seid ihr rein? ne noch ein bisschen weiter runter also wir haben den doch nicht mitgenommen ah hier? ja genau da ist er nochmal kurz runtergekommen und dann ah ok also ich würde definitiv über den höchsten Punkt also wenn ihr hier reingeht ähm und das quasi ähm als den Pullback ähm nimmt so und hier reingeht dann definitiv über dem Docht ähm die Order setzen und ausgestoppt werden solltet ihr trotzdem nicht weil euer Stop-Loss auf jeden Fall hier ist da war ja noch eine EC genau die wurde dann rausgenommen als wir ausgestoppt worden sind ah hier hier unten oder was? ja doch ein bisschen weiter unten ja doch das war die EC dann ok ähm ja beim Swing also definitiv ähm unter die Struktur unter die EC kann man den Stop-Loss setzen aber ähm der so die die Käufer die den Preis wirklich halten die sitzen die sitzen dann halt entsprechend unter dem Swing Punkt die sitzen hier ah ok deswegen um um wenn man sicher gehen will oder ein bisschen weniger Risiko gehen will ähm oder den einen oder anderen Loss dann vermeiden will so setzt man den Stop-Loss entsprechend immer unter die Struktur vom Swing ok dankeschön genau also das würde ich empfehlen ähm wenn wenn den Stop-Loss dann immer unter den tiefsten Punkt vom vom Swing sogar zu setzen oder unter der EC die da ist ähm am besten am besten wirklich unter dem tiefsten Punkt da habt ihr das die meiste die meiste Kaufkraft die dann den Preis trotzdem halt hält so natürlich wird es auch mal vorkommen so dass das durchbrochen wird ähm aber sehr sehr selten also wenn der Preis hier gehalten wird dann ähm auf jeden Fall bis zur nächsten Struktur in der Regel weil hier war ja jetzt auch fast dran ähm da würde man schauen dass man vielleicht nicht genau genau die schwarze Linie nimmt sondern ein paar Pips paar Pips unten drunter ja und dann kann man das Ganze eben mitnehmen aber ist ja auch trotzdem nach wie vor auf dem Weg eben nach oben mhm ok so sind beim Swing dann die sogenannten Block Order Blocks ähm oder verwechsel ich etwas ähm ja genau also prinzipiell ähm sitzt sitzt hier eben ein Order Block so das sehen wir ja hier ähm der Preis kam bis zu einem bestimmten Level so ich lösche mal die ganzen Zeichnungen so der Preis kam hier bis an ein bestimmtes Level und dieses und wurde dann durch diese dicke dicke äh Kerze entsprechend ähm nach oben gepusht so das heißt hier hier sitzt der Order Block so und diese hier in dieser Kerze ist extrem extrem viel Geld so um um den Preis von hier hier hoch zu befördern braucht man extrem viel Kaufkraft und extrem viel Geld also hier hier sitzen die ganzen Euros ähm die die den Preis eben nach oben gedrückt haben und die müssen natürlich auch erstmal wieder ähm oder diese EC hier muss natürlich auch erstmal wieder rausgenommen werden das heißt es müssen so viele Verkäufer sein und die Käufer die hier in den Markt eingestiegen sind die hier den Preis ähm nach oben gepusht haben so die werden die werden den auch entsprechend verteidigen so sieht man auch wieder hier wird der Preis kam hier runter und sofort sind wieder Käufer da und verteidigen den Preis so spätestens hier oder spätestens hier ähm wird es wieder Käufer geben die den Preis wieder nach oben pushen und erst wenn wieder so viele Käufer da sind ähm dass die Käufer nicht mehr den Preis halten können so dann dann erst bricht der Preis durch und ähm und ja dann geht es eben entsprechend weiter runter deswegen wollen wir auch unseren Stop-Loss unter diese unter diese große Candle äh setzen so hier die EC zum Beispiel ist überhaupt nicht stark so die ist gerade minimal größer als die davor und es sind beides kleine Kerzen also hier steckt lange nicht so viel Geld in dieser EC wie in dieser EC klar ist zwar immer schöner wenn man einen kleineren Stop-Loss hat definitiv dann macht man auch mehr Profit mit einem mit einem kleineren ähm mit einem kleineren Weg so aber wenn man wirklich sicher gehen will setzt man seinen Stop-Loss eben entsprechend unter die Struktur yes so habt ihr dazu habt ihr dazu noch Fragen ich hoffe dass der ein oder andere da noch mal ein bisschen was mitnehmen konnte so schreibt mal in den Chat konntet ihr für euch was was Neues mitnehmen ähm was dazugelernt entweder goaded 5-7-9 was auch immer ein bisschen Rückmeldung im Chat geben perfekt sehr sehr schön top top goaded am Freitagabend ähm so soll es sein yes pick and roll das war pick and roll ähm ähm die nächste Woche können wir auch sehr sehr gern auf ähm hfx mal eingehen wenn das jemanden interessiert ähm werde ich in der Gruppe nochmal entsprechen kundtun dann gehen wir da mal auf ähm hfx-Strategie ein wie wir die nutzen können und natürlich weiter auf die pick and roll Strategie Triangle Offense und so weiter ähm yes genau dann würde ich sagen macht euch einen wunderschönen Abend genießt das Wochenende macht ein bisschen Education und dann äh hören wir uns entsprechend nächste Woche wieder ähm beziehungsweise am Sonntagabend dann zum Fast Start Call wenn ihr Leute habt die mit Colors starten ähm holt die auf den Call mit drauf und dann würde ich sagen beenden wir das Ganze an dieser Stelle an dieser Stelle an dieser Stelle an dieser Stelle an dieser Stelle